Die besten Zitate, Sinnsprüche und Aphorismen von Martin Wieland Wo großer Reichtum ist, muss notwendigerweise auch große Armut sein, und von beiden ist sittliche Verdorbenheit die unausbleibliche Frucht. Man muss solche Leute nicht nach dem, was sie sprechen, beurteilen, sondern nach dem, was sie tun. Ein Wahn, der mich beglückt, ist eine Wahrheit wert, die mich zu Boden drückt. Auch die frostige Gesellschaft ist zuletzt doch immer besser als keine. Wenn unser Herz und nicht wider Willen unsere Köpfe zu besseren Leuten machte, so wäre die Moral aller Erdenbürger äußerst eigennützig. Frieden ist immer die letzte Absicht des Krieges. Ohne Arbeit ist keine Gesundheit der Seele noch des Leibes, ohne diese kleine Glückseligkeit möglich. Der Wein gibt Witz und stärkt den Magen. Religion ist eine Angelegenheit des Herzens, nicht des Kopfes. Zu oft ist kurze Lust die Quelle langer Schmerzen. Das allgemeine Los der Menschheit, schwach zu sein, ist mein Verbrechen bloß. Vergesset nie, dass ohne Mäßigung auch die natürlichsten Begierden zu Quellen des Schmerzes, durch Übermaß die reinste Wolllust zu einem Gifte wird, das den Keim eures künftigen Vergnügens zernagt. Es hat für jede Seelenwunde, wie tief sie brennt, die Zeit, die große Trösterin, den wahren Balsam. Man kann alles, was man will, sobald man nichts will, als was man kann. Ein Enthusiast sein, ist das liebenswürdigste, edelste und beste, was ein Sterblicher sein kann. Gewiss ist, dass die Verhältnisse der Seelenkräfte untereinander so fein sind, dass es sehr leicht ist, die Harmonie derselben zu verletzen. Eine überraschende Freude und ein zart fühlendes Herz sind selten berät. Ein jeder Mensch hat, um einen gerechten Anspruch an Wohlwollen, Mitleiden und Hilfe von Seiten eines jeden Menschen zu haben, keinen anderen Teil von Nöten, als dass er ein Mensch ist. Es gibt Fälle, wo ein allgemeiner Geist von Sparsamkeit einem ganzen Staat eine Zeit lang nützlich ist. Nur zu oft sind die Götter bloße Drahtpuppen ihrer Priester. Die menschliche Seele ist vielleicht keines kräftigeren Schmerzes fähig, als derjenige ist, den Gegenstand unserer zärtlichsten Gesinnungen verachten zu müssen. Die Welt ist gleich unschuldig, wenn du sie für schöner, als wenn du sie für hässlicher hältst, als sie ist. Nimm sie für das, was sie ist. Sorgt immer für den Augenblick und Gott lasst für die Zukunft sorgen. Was sind die Wollüste der Sinnen ohne Grazien und Musen? Des Weibes Liebe hat ein Falkenauge. Wir Mädchen sehen doch immer mit Vergnügen die Weisheit eines Mannes zu unseren Füßen liegen. Man wird es bald müde, nichts mehr zu glauben. Die Herren dieser Art, blend oft zu vieles Licht. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Jugend ist wahr und gut, auch in denen, die im Alter verräterisch und schlecht werden. Wer hoch zu stehen wehnt, ist seinem Falle nahe. Die meisten Leser bilden sich ein, der Verfasser habe mit eben der Leichtigkeit gearbeitet, mit welcher sie ihn lesen. Denn dies haben die Krankheiten der Seele vor den Körperlichen voraus, dass keine unheilbar ist, sobald der Patient geheilt sein will. Nur die durch Eifersucht vergiftete Liebe hat die Art, alles begierig aufzuraffen, was den Eifersüchtigen in seinem Argwohnwohl bestärken kann, dessen Gewissheit er doch für das größte Unglück hält. Tugend ist Mut, immer nach den ewigen Gesetzen der Vernunft zu handeln. Es ist freundlicher, das menschliche Leben anzulachen, als es anzugrinsen. Wenn wir nicht glücklich sind, wie schön ist es, wenn wir es zu sein verdienen. Mach dir Mut, der Stimme Gottes in dir treu zu sein. Die Kunst, reich zu werden, ist im Grunde nichts anderes, als die Kunst, sich des Eigentums anderer Leute mit ihrem guten Willen zu bemächtigen. Wem nicht wenig genügt, den macht kein Reichtum satt. Launen sind eine Art von guten und bösen Feen, die durch die bloße Magie des Kolorids und Halbdunkels aus den Dingen, die vor uns stehen, machen können, was sie wollen. Für den Unwissenden ist alles möglich. Wer zum Menschen geboren wurde, soll und kann nichts Edleres, Größeres und Besseres sein als ein Mensch, und wohl ihm, wenn er weder mehr noch weniger sein will. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank! Vielen Dank!